Konnichiwa! Twitches! Es geht weiter mit The Witness! Ich bin verwirrt! Warum steht da nichts? Vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Da kommt später bestimmt ganz fieses Backtracking. Da gibt es dann irgendeine Rätselart, die über die ganze Welt verteilt ist. Die ganze! Der Baume-Hype! Oh, da freue ich mich! Wenn der Baume Firewatch spielt, da freue ich mich! So, 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 runter! Und... Kann ich da oben schon hin? Nee, da muss ich erst, muss ich erst Platz machen. Okay, das kann ich! Ähm, das kann ich hier. Kann ich eigentlich springen? Ach nee, natürlich nicht. X ist ja... X macht ja das da. Oh, und jetzt noch mit Verspiegelungen tüdeln? Kein Problem! Äh... Nee. So, so, so. Scheiße. Hä? Hä? Moment. Ähm... So, 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 so. Auch nicht. So, so, so. So, so, so. 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 So, so und so. Ich hab das Gefühl, ich stelle mich echt gar nicht so blöd an. Das Gefühl... Oh, Moment. Oh, ho, ho, ho. Okay. Okay. Okay, ich hab nichts gesagt. Warte mal, warte mal. Haben die verschiedene... Da gibt's... Ach nee, das ist, weil die einen auf blauem... Okay. Vergesst, was ich sagte. Ähm... 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 Das ist jetzt irgendwie ein bisschen komplizier... Dobrein. Ja, ne? Aber gerade, wo ich sage, hey, ich bin ja voll schlauig, klugig... Kommt dann sowas. Ähm... Kacke. Wenn ich mit dem da lang gehe, muss der hier lang. Ähm... Warte mal, ihr geht da beide über einen drüber, ne? Dann scheint soweit ja schon mal ein guter Ansatz. Ähm... Ja, kacke. Aber wenn ich mit dem, dann... Dann muss ich ja... Nee. Dann hab ich's ja wieder verbaut. Warum muss ich da lang? Wegen dem. Scheiße. Okay, ich glaub... Moment, wir probieren das mal anders. Ähm... Können die eigentlich auch... Die können doch eigentlich auch in ihre eigenen Löcher, oder? Also, ne? Die in ihre eigenen Benachbarten. Da. Wenn das irgendwie... Geht. Mach ich schon wieder den gleichen Scheiß? Ja, ne? Mann, ey. Nee, da komm ich ja dann nicht mehr... Ich muss aber... Nee, 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 nee. Ich muss aber da lang. Ähm... Ja, wenn ich so lang gehe, dann hab ich ja wieder denselben Pudding wie vorhin. Jetzt fehlt halt einer. Aber das ist gar kein Problem. Warte, das ist doch gar kein Problem. Hä? Nee, andersrum. Halleluja. Okay. Lusti sagt, ich bin gut in dem Spiel. Lusti hat immer recht. Warte, nee, da kann ich nicht. Boah, ich muss ja auch irgendwie... Den Rest noch... Den Rest noch... Ja, aber dann kann ich nur so. 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 Halt. So. Und so. Na, wenn einmal... Wenn einmal der Knoten... Das war jetzt nur... Ich hatte nur Anfangsschwierigkeiten, weil es jetzt nicht mehr direkt spiegelsymmetrisch war. Das ist alles... Das ist alles... Ähm... Okay. Gleiche Farben mit gleichen Farben. Kein Problem. Äh... Ja. Halt. Hä? Ich darf mit dem nicht hier lang, weil er dann den gelben verdeckt. Und ich darf mit dem nicht da lang, weil er dann den... Kann ich das um... Ah. Okay. Nee. So. 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 Und über die Schwarzen muss ich dann auch noch irgendwie, oder was? Okay. Easy. Lustig schon wieder. Sei wahr. Danke, Fuhorsti. Mann, ich bin heute... Ich bin heute irgendwie relativ chatfern. Tut mir leid. Ich spiele heute aber auch so Spiele, die man irgendwie... Die irgendwie Konzentration brauchen. Das ist Gift für die kleine Trolle. Frau. Oh Gott. So. So. Wann können wir das nicht... Nee. Das muss ich dann mit dem noch aufsammeln. Ähm. So. Hä? Fuck. Was war denn falsch? Ach, der gelbe. Oh. Ähm. Ähm. Moment. Scheiße. Das ist doch nicht wahr. Ah, das war so gut. Ähm. Na doch, das ist ein sinnvoller Anfang, oder? Ach, Kegge. Du musst ja den da auch noch. Ja. Und jetzt kommen wir dann nicht mehr durch. Oh Mann. Oh Mann. Das Letzte ist irgendwie immer happig. Macht ja auch Sinn. Wird ja immer schwieriger. Ähm. Wenn man eine Sache übersieht. Ja. Vielleicht Start wieder tauschen? Meinst du? Nee, das kann gar nicht funktionieren. Doch, kann es. Wenn ich... Oh. Nein, das kann gar nicht funktionieren. Weil ich hier gar nicht die, die... Ne? Ich müsste ja dann irgendwie quer durch... Übers Spielfeld einmal. Um die alle... Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Fuck it. Nee. Nee, der muss ja vom Gelben. Meine Güte. Selben Kackfehler wie vorhin nochmal, ne? Ah. Why? Weil der vom Gelben... Boah. Nee, warte. Warte, 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 warte. Muss ich denn hier lang? Ja, muss ich. Uff. Kann ich da auch irgendwie anders lang? Ach, kacke. So? So? Mann, fuck. Dann komm ich halt, ne? Dann würde ich hier wieder mit dem Falschen drüber... Grrr. Was? Dann fast fertig? Ein Denkgeniss, um das Hirn weiter anzustoßen. Danke, Semi. Das ist richtig nur eine... Oh. Der blöde Delay. Ihr habt jetzt alle schon die Lösung, ne? Arrr. Fuck it. Aber wie hatte ich das denn? Das geht ja alles nicht. So geht's schon mal gleich gar nicht. Ja, super. Und jetzt fehlt mir da der Schwarze. Oh. Aber den kann ich doch gar nicht kriegen. Den kann ich doch gar nicht kriegen. Was? Start. Start hoch. Rechts. Runter. Weiter. Nee. So. So. Was? Der Schwarze da oben bleibt halt einfach da. Wo jetzt hoch? So hoch geht nicht. Hä? Ach man, das würde perfekt gehen. Wenn der blöde... Bö, 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 bö. Nee, dann kommen wir ja wieder nicht aneinander vorbei. Oh, nee. Boah, was soll das denn da? Ich kann da nicht hin. Das geht nicht. Am blauen noch hoch? Warte. Blau hoch. Ja, und dann? Du meinst am blauen hoch? An dem Ding hoch. Aber das bringt mir ja auch nichts. Weil dann fehlt mir ja der gelbe hier. Da. Denk von gerade hoch von 1.000. Ja. Hoch. Ah. Okay, ich bewege mich jetzt nicht mehr. Ich bewege mich jetzt nicht mehr. Und ab MeGamings weiter hoch, führe ich jetzt eure Befehle aus. Okay, Moment, Moment, hier. Start hoch. Rechts runter. Rechts hoch. Hoch. Rechts. Hä? Warte, warte, warte. Ich komme da nicht mit. Warte mal, Start. Start hoch. Rechts runter. Rechts. Hoch, hoch. Rechts, rechts. 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 Runter, runter. Links. Das geht doch gar nicht. Ah. Ich lebe den gelben in der dritten Reihe bis zum. In der dritten. In der dritten. Hä? Ich bin noch mit dem in der dritten Reihe. Boah. Das Brain. Alles, was ich vorhin irgendwie gut gemacht habe. Und was da irgendwie, worauf ich irgendwie hätte stolz sein können. Habe ich jetzt wieder zunichte gemacht, ne? Ich darf jetzt gar nichts mehr sagen. Gehst mit dem blauen unten rechts aus, nicht oben rechts. Ehh. Ehh. Oh. Oh. Etlich bin ich erlöst von dieser Schmach. Wahnsinn. Wo geht denn das jetzt hin? Irgendwo dahinter. Und ich kann natürlich nicht springen. Und hier oben ist immer noch dicht. Ah. Guck mal hier. Oh yay. Es geht noch weiter. Das war noch nicht das schwerste. Wow. Spiel. Fuck. 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 Mh, Mh, Mh. Mh, Mh. Mh, Mh, Mh. Ich werde nicht mehr so sein. Ich werde nicht mehr so sein. Das war so nicht gemeint, Nortja. Das war so nicht gemeint. Nortja, Obscuritas. Himmel. Ihr habt aber auch oft echten Timing. Dankeschön für das Erschrecken und die Unterstützung. Und mal das kurz was anderes angucken. Weil das frisst echt schnell das Gehirn. Gerade wenn man lange nicht geschlafen hat. Und handherzlich Willkommen in der Sublade. Hulululul. Warum steht denn das nicht im Chat? Das ist ja komisch. Wieder eins der Spiele, die Trollen erst feiert und dann Rage quittet. Und die wir dann nie wiedersehen. Naja. Ich hab doch den Twitch-Chat, der kann doch helfen. Okay, aber ich muss auf jeden Fall mit dem Blauen in den Eingang da, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Das macht überhaupt, das macht generell gerade alles gar keinen Sinn. Warte mal. Ah, fuck. So, 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 so. Habe ich meine Ehre wieder halbwegs hergestellt. Ähm. Okay, aber das Gelbe muss da oben rein. Das heißt, ja, da gibt's nicht viel Auswahlmöglichkeiten. Nee. Kaka. Kaka. Kacke! Hmmmmmmmm... Whyyyy? Warte mal, das blaue muss unten rein. Das macht Sinn in der Richtung anzufangen, oder? Oder? Oder nicht? Ah... So... So... Puh! Man muss sich nur kondensieren. Ausreichend kondensieren. Das war ja easy! Hä, was soll denn das jetzt? Das wird ja immer einfacher! Hä? Ach, mit dem muss ich jetzt plötzlich beide... Ihr könnt doch nicht einfach... Wildwichsend die Regeln ändern! Warum komm ich hier nicht durch? Warum kommt der da nicht durch? Hä? Der kann einfach... Der geht einfach nicht weiter! Oh nein! Ist das Gelbe jetzt... Ist das Gelbe unsichtbar? Willst du mir das damit sagen? Au! Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn! Weil wenn das Gelbe unsichtbar ist, aber trotzdem denselben Scheiß... Hä? Hä? Ja, das Gelbe ist noch da! Ich seh's nur nicht mehr! Das hab ich mir schon gedacht! Schau mal auf den Boden! Wie auf dem Boden? Was ist das? Ich hab das Ding... Ach so... Ahh! Ja. Boah, ist das Assi! Hab ich nicht? Hab ich nicht! So früh losgelassen. Oh! Oh! Okay! Ja. Die Sprachmemo hat sich voll gelohnt. Haben wir hier noch? Da unten haben wir noch. Aber... Ähm... Okay. Wie komme ich denn jetzt... Wie komme ich jetzt... Wo leuchtet das jetzt? Warte mal, wo... Das habe ich gerade gemacht. Und das geht... Ey! Das hat jetzt das hier freigespielt, ja? Pflüpp! Äh... Easy. So, was ist hier jetzt die Krux? Das ist ja jetzt wieder furzeinfach. Oder ist da wieder... Oh! Oh! Muss ich das jetzt genau gespiegelt nachbauen? Oh! Geht... Hä? Boah! Ich kann mir sowas nicht merken! Ähm... So, so... So, so... So, so... Ne... So, so, so... Ah... Oh! Oh! Ist das gemein! Oh! Ist das gemein! Oh! Du wolltest es doch schwer haben! Das habe ich nie gesagt! Das halte ich für ein ganz fieses Gerücht. Oh! Moment! Schnupp! 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 Es ist halt blöd, dass ich meinen eigenen Stream nicht sehe! Ne? War das so rum oder andersrum? Scheiße! Was? Achso! Es sah jetzt aus, als wäre es kaputt gegangen. Wieso ist es jetzt kaputt? Mach es wieder an? Wieso ist es denn jetzt kaputt? Hä? Hä? Na ja, halt das da! Wenn es das einzige ist, was noch geht! Äh... ... Ja, easy! Aber jetzt sind ja die da drüben kaputt! Wie mache ich denn wieder heile? Wie nochmal lösen? Äh... Wie nochmal lösen? Äh... ... Aber es macht doch gar keinen Sinn! ... 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 Äh... Nee. Oh, leck mich. Äh... Oh, da ist der... Warte, warte. Also muss ich da hoch und nicht runter. Hoch. Nein. Geht doch. Moin. Warum habe ich ein... Das war beim letzten noch leer. Warum? Moin, Jeffrey. Symmetry. Okay. Du vaporisierst mich jetzt aber nicht, oder? Sieht aus wie eine riesige... riesige Knarre. Geh mal lieber ein bisschen aus dem Weg. Was machst du? Da dreht sich was hinten dran? Das war's. Oh. Okay, offensichtlich nicht. Du schießt eine Laser... Boah. Das ist sauweit weg. Okay. Ähm. Dann schaue ich mal, wie ich... weitermache beim... äh... nächsten Part. Oh Gott, oh Gott. Boah, mein Brain. Aber das Spiel ist voll gut. Das macht Spaß. Auch wenn's einem irgendwie... ziemlich... die Birne zermatscht. Liebes YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bersingen. Bersingen.